Ja, Paul, du bist gerade vor kurzem 18 geworden, hast das Gitter abnehmen können zwei Tage vor dem Frankfurt-Spiel als allererstes Mal. Wie war das denn das erste Mal ohne Gitter zu spielen? Ja, es war eine ganz coole Sache. Es war mein erstes Spiel eben mit Plexi. Ich hatte ein Training und danach am nächsten Tag ein leichtes Spiel in Frankfurt. War auf jeden Fall eine besondere Sache endlich, so wie alle anderen auch, mit Plexi zu spielen. Hat man da ein bisschen mehr so, ich sag mal, so ein bisschen Schiss, so, oh, mein Gesicht ist nicht mehr so geschützt? Muss man sich daran erst gewöhnen? Ja, auf jeden Fall. Also man ist schon ein bisschen vorsichtiger, schaut halt auch, dass man selber nicht so mit dem Schläger bei anderen so reingeht, Schläger unten lässt. Das merkt man schon. Muss man sich schon dran gewöhnen. Du bist der Jüngste im Team. Du hast einen Vertrag bei den Adlern, letztes Jahr noch Jungadler gespielt, bei den Adlern unterschrieben und bist jetzt so in jedem Spiel dabei. Hast so ungefähr sechs, sieben Minuten Eiszeit im Schnitt. Hättest du dir das so vorgestellt, letzte Saison noch? Nee, auf keinen Fall. Also das ist schon, hat mich schon auch überrascht. Also ich bin jetzt hier, im Sommer kam, kam ich zur Mannschaft dazu und habe die Vorbereitung mitgemacht. Und dass es jetzt so gelaufen ist, hätte ich nicht gedacht. Vor allem nicht bei den Jungadlern, als ich hier nach Mannheim gekommen bin. Das ist schon auf jeden Fall ein Traum, der mir da in Erfüllung geht. Du bist ja aus einer Eishockey-Familie. Dein Vater Stefan hat auch Eishockey gespielt. Wie sehr spielt es dir in die Karten, dass du jemanden hast, mit dem du über alle möglichen Sachen, die so auftauchen, über alle möglichen Probleme und Herausforderungen sprechen kannst? Ja, das ist schon ein großer Vorteil. Also ich habe früher auch viel mit ihm arbeiten können, viel trainiert. Auch jetzt heute. Ich kann noch viel lernen von ihm. Wir reden viel und das hilft mir auf jeden Fall. Du kommst aus Kaufbeuren, bist dann zu den Jungadlern gekommen, hast dann hier, wie gesagt, gespielt, Meisterschaft gewonnen. Und hast du damals schon angefangen, so die Karriere zu planen? Jungadler, Adler und dann Deutscher Meister? Also so zu planen war natürlich schwierig, aber es war auf jeden Fall, Mannheim ist die größte Adresse in Deutschland, auf jeden Fall. Das ist kein Geheimnis. Es hat auf jeden Fall zu den Zielen gehört. Planen ist jetzt immer schwierig, aber ein Ziel war es auf jeden Fall. Und wie ist es bei dir? Man weiß ja auch, wenn man 18 Jahre alt ist und schon in der deutschen Eishockey-Liga bei den Adlern Mannheim spielen kann, dass da eben auch Scouts sind und sich dich immer wieder anschauen. Kannst du das ausblenden? Das habe ich damals auch in Seida gefragt, das habe ich in Stützle gefragt. Und alle haben gesagt, ja klar weiß man das, man versucht es auszublenden. Wie gelingt es dir? Ja, mir gelingt es ganz gut. Meistens erfährt man ja davon auch erst so nach dem Spiel, dass ein paar da waren oder dass jemand da war. Und da mache ich mir davor im Spiel gar keinen Stress und konzentriere mich aufs Spiel. Was sind deine nächsten Schritte? Also ich meine jetzt, klar, immer mehr Eiszeit zu bekommen, auch immer mehr auch Verantwortung zu bekommen. Wo liegen die Schritte? Wie willst du das erreichen? Ja, ich will einfach das Spiel einfach halten. So auch das Vertrauen in die Mannschaft von der Mannschaft und dem Trainer gewinnen und so mehr Eiszeit mir zu holen. Und dadurch dann natürlich auch Offensivwechsel zu haben. Und ja, so findet man halt leichter ins Spiel, in sein Spiel rein. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei und es macht wirklich Spaß, junge Spieler zu sehen da unten. Ich glaube, da sind alle meiner Meinung, dass es einfach schön ist und auch deine Entwicklung hier zu beobachten. Richtig, richtig schön. Ich wünsche dir ein gutes Spiel. Dankeschön. Vielen Dank.